Das sind Steve und Maggie. Deutsch, Deutsch, Deutsch. Yeah! Oh, ha, ha, ha. Los, Maggie. Schnell, schnell, schnell. Ha, ha, ha. Gib mal Gummim. Wow. Ha, ha. Ha, ha. Das ist besser. Was ist das, Steve? Was ist das? Na ja, ein schneller Dinosaurier. Hey, yeah. Das ist ein schneller Dinosaurier. Das ist ein schneller Dinosaurier. Ja. Welcher? Ha, 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 ha. Welcher? Hey, Jungs und Mädels. Wisst ihr, was das für ein Dino ist? Ja. Ein T-Rex. Das ist ein T-Rex. Das ist ein T-Rex. Was will er? Ha, ha. Was will er? Mittagessen. Aha. Mittagessen. Genau. Hier. Hier. Fahr weiter, Maggie. Fahr weiter. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Wir sind entkommen. Hey an alle. Schreibt, wenn ihr einen weiteren Dinosaurier seht. Haha, ja. Also wo sind die Dinosaurier? Könnt ihr welche sehen? Ja? Äh, wo? Was war das? Habt ihr das gesehen? Ja? Wow. Haha, da ist es wieder. Was ist das? Wow. Schaut nur. Fliegende Dinosaurier. Hoho. Alle zusammen. Na los. Das sind fliegende Dinosaurier. Das sind fliegende Dinosaurier. Das sind fliegende Dinosaurier. Hoho. Wow. Aber hey, wisst ihr, wie man die nennt? Höre ich, Pterodaktylus? Dann stimmt das. Genau. Hoho. Wow. Alle zusammen, Kinder. Ein Pterodaktylus. Ein Pterodaktylus. Das ist ein Pterodaktylus. Genau. Ho. Hey, was will er? Hoho. Was er will, Maggie? Er will bei uns mitfahren. Hihi. Yeah. Ho, Maggie. Hey, pass auf. Oh, oh. Go. Stopp. Oh, oh, oh. Oh, Maggie. Du frecher, frecher Vogel. Wir können nicht weiter. Also müssen wir rückwärts fahren. Na los, Maggie. Komm. Hihi. Hey, oh, Maggie. Stopp. 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 Hihi. Wow. Schaut euch mal diesen Dinosaurier an. Oh. Der ist ja so verspielt. Yeah. Ein verspielter Dinosaurier. Das ist ein verspielter Dinosaurier. Das ist ein verspielter Dinosaurier. Aber hey, was ist das für ein Dinosaurier? Das ist ein Triceratops. Alle zusammen. Oh. Da ist er. Das ist ein Triceratops. Das ist ein Triceratops. Das ist ein Triceratops. Hohoho. Hey. Was will er? Was er will, Maggie? Er will spielen. Du bist zu groß. Geh weg. Schuh. 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 Aha. Schuh. Wow. Oh. Entschuldigung. Oh, super. Hihi. Es klappt. Hihi. Wow. Mama und Papa Dinosaurieratops sind da. Du kannst mit ihnen spielen. Genau. Okay, Maggie. Ich glaube, wir gehen lieber. Na los. Yay. Los, zurück auf unsere Dino-Tour. Huff ganz laut, wenn ihr einen Dinosaurier seht. Oh, Maggie, fahr den Hügel darauf. Wir haben dort eine super Aussicht. Genau. Okay, Maggie, stopp. Also gut, Kinder. Könnt ihr irgendwelche Dinosaurier sehen? Ja. Wo? Da? Nein. Nein. Da? Nein. Da? Genau. Wow. Schaut mal. Ein großer Dinosaurier. Nein. Ein sehr großer Dinosaurier. Nein. Das ist ein riesiger Dinosaurier. Wow. Aber hey, Jungs und Mädels. Wie nennt man diesen Dinosaurier? Den nennt man Prontosaurus. Wow. Alle zusammen. Was ist das? Das ist ein Prontosaurus. Lauter. Das ist ein Prontosaurus. Lauter. Das ist ein Prontosaurus. Aber wie kommen wir hier wieder runter? Keine Ahnung. Oh, das ist unsere Chance, Maggie. Los, los, los. Hey. Hey, wir fahren nicht runter, wir fahren rauf. Oh, je. Was will er, Steve? Was, Maggie? Was er will? Ich glaube, er will sich den Rücken kratzen. Oh, Mann. Das ist doch verrückt. Jetzt können wir los, Maggie. Los jetzt. Wir müssen hier raus. Ja. Ja. Wow. Das war verrückt. Ja. Allzu gut, Kinder. Bis zum nächsten Steve-and-Maggie-Abenteuer. Ja. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.